Am Freitag, 1. Dezember 2023 und Samstag, 2. Dezember 2023, zeichnet das ZDF die Helene Fischer Show in Düsseldorf auf. Es ist die Show des Jahres. Viele Monate haben die Fans von Helene Fischer auf diese Tage warten müssen. Nach quälend langen drei Jahren Pause zeichnet Helene Fischer diese Tage in Düsseldorf wieder ihre ZDF-Weihnachtsshow auf. Die Helene Fischer Show, sie war immer eines der Highlights des ZDF-Jahresprogramms. Die Schlagerkönigin, Stars aus aller Welt, unerwartete Duette. Hier zeigte die Sängerin stets, was noch alles in ihr steckt. Helene Fischer Show wird in Düsseldorf aufgezeichnet Und das ist auch an diesem Wochenende nicht anders. Am Freitag, 1. Dezember 2023, war bereits der erste Aufzeichnung stark. Nun sind erste Bilder und Videos im Netz aufgetaucht. Da sehen wir Helene im weit ausgeschnittenen silbernen Abendkleid in einer Art Disco-Kugel, während sie ihren Song Ich will immer wieder dieses Fieber spüren, singt und komplett mit Spiegeln behangene Männer und Frauen um sie herumtanzen. Man darf also gespannt sein, was Helene am zweiten Aufzeichnungsstag noch so bietet. Klar ist, am Stargast-Aufgebot wird in diesem Jahr niemand herummeckern können. So sind unter anderem internationale Superstars wie Gossip, die Band Simple Minds oder Eurythmics-Gitarrist Dave Stewart dabei. Zudem werden die Soul- und RB-Sängerin Emily Sande und ESC-Siegerin Lorraine auf der Bühne stehen. Nena und Simple Minds Auf der Bühne Aber auch national hat Helene ordentlich aufgefahren. Shirin David beispielsweise wird am ersten Weihnachtstag im ZDF zu sehen sein. Dazu kommen Auftritte von Nena, Peter Maffay und noch einigen anderen. Aufgezeichnet wird die Helene-Fischer-Show in der Messe Düsseldorf. Tickets für die Show werden derzeit zu horrenden Preisen bei Ebay angeboten. Teils verlangen die Verkäufer drei- bis vierstellige Beträge für die begehrten Karten. Die Fans sind also sichtlich heiß darauf, zu erfahren, was am Samstagabend in Düsseldorf noch passieren wird. Beide